Gedanken am Strand. Komm, wir gehen ins Wasser. Und was ist mit unseren ganzen Sachen? Ich hab so eine gute Idee. Schau zu und lern. Oh man, was kommt jetzt? Vertrau mir, ich hab einen heftigen Trick. Mann, bitte, sie macht jetzt nicht das, was ich denke. Man muss einfach nur das Handtuch drüberlegen und dann wird es kein Dieb erkennen.